Haha, der wurde gerade wieder zu wisch. Oh, da könnte ich einen Headshot geben, aber egal. Tu dies. Ja, tu ich auch. Und? Jetzt? Oder nie? Oh, shit! Doch, ich habe ihn per Headshot dahinten ge- nein! Dein Ernst? Ist das für ein Kid? Das wäre wichtig zu wissen. Jetzt kannst du hügel auf jetzt. Ich habe mich gerade mit meinem eigenen Pfeil getroffen. Haha, wie episch! Hallo! Hallo, diese Sing-Sang-Stunde mit dem Trojaner. Na, Ben, aber hallo Wikinger, ja? Ich bin ja Viking, nicht der Trojaner. Erste Runde Endergames seit Ewigkeiten. Sprint-Hack hat der Typ drin gehabt, egal. Das hat man am Anfang gesehen, der ist direkt bei der Kiste gewesen. Ist natürlich auch praktisch, würde ich mir selber auch gerne reinmachen. Ja, wieso denn nicht? Oh, zwei Diamanten? Geil. Also, ich bin ja, ich habe ja vor ein paar Tagen das Erste, also eigentlich heute, aber es wird dann vor ein paar Tagen gewesen sein, falls diese Aufnahme kommt, die erste Runde live gespielt. Sozusagen. Und das ist voll schwer. Aber mit einem Partner ist es natürlich ein bisschen leichter. Ich bin Chameleon. Chameleon? Gut. Das heißt, ich bin jetzt hier ein Schwein, was sehr unauffällig Schneebälle in der Gegend rumwirft. Oh, ich habe... Oh, shit. Der Baum stand genau außerhalb meiner Reichweite. Leute, ich werfe mich gleich mit der Ender-Perle weg, das muss so geil aussehen. Nein! Nee, 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 nee. Au, Mist. Ich habe mich ja geoutet gerade. Aber das Gute am Chameleon ist, man kann sich hier in eine... in ein Hühnchen verwandeln, dann hat man eine kleinere Hitbox. Ja. Das ist wirklich praktisch. Das hast du aber, glaube ich, auch mal in deinem Video... Nee, hast du das erklärt? Doch, habe ich. Ja. Fand ich sehr gut, dass du das erklärt hast. Obwohl, nee, wenn man neun Eisen hat, kleiner Tipp an alle hier, vom Experten, dann macht man sich einen Helm und Schuhe. Und zwar Helm wegen Headshots von Bogenschützen, wie ich es gerade einer bin, und Schuhe für den sonstigen Shizzle, dass man, falls man auf so Boons trifft, die so einen Block Sachen machen, wie ich sie selber früher auch immer gebaut habe, dass man dann nicht sofort stirbt. Oh. Nein! Ah, Mann. Okay, noch eine Chance. Ich gebe dir noch eine Chance. Ender-Perle. Mist, ich bin so schlecht, Alter. Ich bin so schlecht. Yeah, verbuggt. Geiße. Okay, einen Typen getötet. Das war ziemlich actionreich jetzt gerade. Ich hätte fast einen Typen mit dir einfach erledigt. Einfach mal so ohne irgendwas mit meinem scheiß Goldschwert. Aber es ging nicht so ganz. So, Headshot, schaffe ich das? Ich war deswegen gerade sehr still. Schaffe ich das? Headshot? Okay. Wird generell hier die Best-Quantier-Zone der Erde. Ja, ich habe ihm Headshot gegeben. Dann habe ich auch mal eben gezeigt, was das Kit hier so kann. Dann haben wir, haben wir alles. Okay, jetzt ist es geil. Oh, Eisenschwert mit Schärfe habe ich. Oh mein Gott, ich habe die Rüstung und alles des Todes. So, jetzt dem Typen noch einen Headshot geben. Ich wäre sonst gestorben, hätte ich dem keinen Headshot gegeben. Also von daher bin ich da schon relativ... Loll, ich kann mir einen Dealschwert machen. Ja? Ja. Das ist natürlich sehr praktisch. Gut. Das kommt auf die 5. Das kann hier weg. Aber es wäre so praktisch, wenn ich ähm... Scheiße, ich glaube der Typ hat mich entdeckt. Der hat mich entdeckt. Ja? Aber ich kann nicht rennen, Alter. Das ist so bitter. Warum kannst du nicht rennen? Oh, hier hat ein Jäger für mich Schnitze gefarmt. Das ist ja geil. Au! Boah, Alter. Boah, schreie nicht so laut. Oh, Mann. Vor allem das... Ne, egal. Die Runde war so bitter für mich. Ich habe einfach kein Essen gehabt und dann bin ich Jolo auf den anderen draufgegangen. Ich bin der Bogenschütze. Ich hatte einfach nur 5 Leben. Okay. Ich habe ein auf Schärfe verzaubertes... Äh... Äh... Dia-Schwert. Und... Bin der... Bogen... Barber eigentlich? Ne, bin ich nicht. Oh mein Gott, war der schlecht. Ja, ich ghostier jetzt zu Tode. Das ist... Nur ghosting, wenn du mir Tipps gibst, Alter. Ich weiß, der ist hinter dir, Alter. Oh, das habe ich noch nicht bemerkt. Oh, da könnte ich einen Headshot geben, aber egal. Tu dies. Ja, tu ich auch. Und? Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Oh, shit. Doch, ich habe ihn per Headshot dahinten... Nein. Dein Ernst? Ich habe ihn per Headshot getötet. Ey, Leute, er wurde aber im gleichen Moment geswitcht. Ich habe aber Headshot ihm gegeben. Hier liegt noch ein Eisenbrustpanzer und ein Dia. Also töte ihn. Schnell, damit du dir das Zeug absahnen kannst. Jetzt geh schnell auf die andere Seite. Am besten mit Enderperle. Da liegen noch Dia's im Wasser. Äh, ist mir scheißegal. Mir ist im Allgemeinen gerade alles scheißegal, habe ich so das Gefühl. Okay, da liegt ein Dia. Äh, okay, der nächste ist weit weg. Bei Kisten auch noch. Äh, das Eisen hole ich mir. Es ist so bitter, dass ich so schlecht bin. Und immer sterbe, wenn ich aufnehme. Okay. Äh, vielleicht sollte ich mir mal eine Workbench machen. Und, ne, irgendwie habe ich keinen Bock mein Inventar zu sortieren. Egal. Ach, Iolo, fick die einfach auseinander. So, erstmal Dia Helm. Immer diese Wortwahl, Minium. Sorry, sorry. Das habe ich nie gesagt. Ich habe, ähm, wie heißt das nochmal? Pick. Aber mit F. Weißt du was? Ich habe nicht nur versprochen. Wir haben uns ja damals sozusagen über Ender Games kennengelernt, kann man fast schon sagen, oder? Ja, über den OP-Apfel. Ja. Überlebt der das? Nein. Du hast einen OP-Apfel dir gecraftet und ich habe gedacht, boah, krass. Aber das war auch ein... Ich fand das ein geiles Video, muss ich auch sagen. Ja, finde ich auch. Eigenlob stinkt. Egal. Ähm. Ich stink, Alter. Ja. Ich habe gerade gefurrt. Oh, ich habe keine Äpfel. Alter, hör doch auf, Alter. Warum habe ich keine Äpfel? Egal. Ich rule jetzt. Ich bin der Ruler. Lord Ruler of the World. Okay. Sprichst du auch so gut Englisch wie ich? Ja, ich bin der Beste. Lord Ruler of the World. Ich spreche nicht nur gut Englisch, ich bin der beste Sprecher. Der Beste. Der Besteste. Ich habe sie alle weggesprochen im Sprechwertbewerb von 1993. Hast du mitteil genommen bei Bergis Supersprecher Sachen? Nee? Bergmanns. Bergii. Bergsmann. Oh oh, du bist unbewaffnet von der Rüstung. Ich glaube nicht unbewaffnet. Von der Rüstung. Ja, ich habe gerade verzaubert. Du warst davon aber nicht. Okay. Und den Helm. Obwohl Helm ist glaube ich nicht das Beste. Naja, egal. Perlen. Leder brauche ich nicht. Leder brauche ich nicht. Spektation ohne Scheiß. Ja, aber wir sind ja gerade so halb. Wäre halt schon ganz gut, wenn du dich beteiligst an den Gesprächen, die wir so führen können. Naja, ich würde mich auch noch beteiligen. Wollen wir wieder über Money Boy sprechen? Nee. Haha. Ja, das war gerade die SG-Runde. Den Zweckreim-King, alter. Ne. Zweckreim-King. Okay, jetzt. Oh, der kiecht auf die Schnauze. Ja, aus dem Wasser am besten. So, ist gut. Wie er weggeflogen ist, lol. Achso, der ist ein Känguru. Ja, macht kaputt. Ja, gut so. Oh, noch ein Spieler verbleibt. Und wo ist er? Weit weg. Okay. Gut, dann kann ich... Ja, egal, aber das ist am besten für die Runde, wenn du jetzt einfach direkt drauf gehst, finde ich. Ja? Ich als Spectator, der sich langweilt. Nee, aber ehrlich, ist jetzt am spannendsten, wenn du direkt drauf gehst. Vor allem, warte, ich kann dir kurz sagen, wie viel gut der Typ ist. Wie viel gut der Typ ist? Er ist in etwa gleich gut. Bitte? Er hat, glaube ich, ein verzaubertes Dia-Schwert, ansonsten ist er genauso gut. Der hat Gold-Eisen zurück. Ja, ich mach nur noch... Nur Hose wäre bei dir ganz cool. Ja, habe ich leider nur fast die Dias zu und deshalb mache ich mir die Schuhe. Okay, ist er... Oh, der ist doch recht gut ausgerüstet. Okay. Der hat Dia, Schuhe und ansonsten Full Iron, der ist gerade verzaubert. Ich habe auch Full Iron. Und... Ach, du bist doch nicht so gut im Englisch. Das heißt Iron. Du musst ihn entweder scopen oder skillen. Okay, scopen heißt? Bogen. Ah ja, stimmt. Okay, ich will nicht hügelabwärts kämpfen. Ist er... Was ist er für ein Kid? Wäre wichtig zu wissen. Jetzt kannst du hügelabwärts. Ich habe mich gerade mit meinem eigenen Pfeil getroffen. Wie episch. Wie episch einfach nur. Was? Nein. Nein. Ich finde das noch feierlich. Ach, er ist Tank. Kann das sein? Wirklich. Ja, ja. Er ist Tank. Bogenduell bringt nicht viel. Er kriegt keinen Schaden dadurch. Doch, jetzt schon. Der Tank ist gerade überhaupt nicht. Ist der gerade auf K? Hä? Der ist gerade auf K? Nein. Dein Ernst? Hä? Feuerzeug funktioniert irgendwie gar nicht mehr. Was geht? Wie hat der Drittsichlecher oben tötet dich einfach? Nein. Alter, das war der Endkampf des Todes. Was war das denn? Aber ihr habt gesehen, wie krass ich ihn weggeskillt habe mit dem Bogen. Da, ja. Lass mich ins Video. Oh man. Ja, du bist im Video nicht. Aha. Ah. Ja. Ja, das war auf jeden Fall eine kurze, gute Ender Games Runde. Ja. Äh. Ordentlich Kills gerissen. Keine Ahnung, 6 oder 7 kann das sein? Ne. Wirklich? Ich habe nicht mitgespielt. Ja. Ich habe ordentlich Kills gerissen und da freue ich mich drüber. Und sogar gewonnen mit dem Bogenschützen. Also. Wenn euch das gefällt, dann wisst ihr, was man machen kann. Okay. Daumen runter. Ja. Das Abo. Okay. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Guten Abend. Und... Und...